Ja, Grenze, Toiletten, Bad und Schalter und damit und oderseits und willkommen zurück bei Ramos 6 Siege. Westliche Ausfahrt. Gibt's in der Schlucht Dorn? Dann komm ich da mit. In der Schlucht bin die links, wo du auch von der westlichen Eintrag besser gekommen bist. Wir müssen eine Bombe aufschmüren. Ich guck mal oben bei dem Großraumbüro. Waffenschränke vielleicht, Waffenschränke. Ja, Waffenschränke. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Mira Bandit. Und Drohne kaputt. Die haben auch noch Jäger. Ja, mhm. Da, da saß ein Schmaug. Können wir schauen, können wir schauen. Links von dir ist ein Loch. Oder hier, Loch. Entschärfer wurde erneut gesichert. Ist aber dunkel hier. Warum Mira und entschärfen sie? Oh, Rausrenner am LAV. Oh ja, der Entschärfer. Er ist endlich frei. Hier ist ein Zaun. Rook ist der Letzte. Entschärfer wurde zurückgeholt. Hat sich hingelegt, Mira am LAV. Weh. Scheiße. Rennt die in dem Moment nochmal aus. Die rennt einfach irgendwo hin. Im Pausenraum ist jemand. Also im Sicherheitsraum heißt das Ding. Er rennt nach links, Jack. Weiter hinter zum Außenfenster. Da sind jetzt zwei drin. Am Kühlschrank ist einer und hinten bei den PCs. Er ist immer noch irgendwo bei den PCs. Jetzt einer. Westenmann kommt. Nee, geht wieder weg, geht wieder weg. Aber bei den PCs müsste nur einer sein, wenn er nicht gestorben ist. Ich weiß da nicht mehr so. Auf zur anderen Seite. Nur noch ein Gegner übrig. Hör mal. Da ist Ash. Da. Was war das denn? Das war Bandit. Nein, hast du dem Rook nicht gesehen, wie er sich über den Boden gerollt hat? So ein verrücktes hier gemacht auf dem Boden? Ja, irgendwie so ist. Da kann man ja nächste Woche gar nicht gut Alibi spielen, wenn der mobile Schlip nicht da ist. Da kannst du immer Hologramme dahinter verstecken. Was kann ich lass ich bei dir mal was hatten? Die hat Kontakt. Ganadierst du ja immer meistens. Eventuell mal. Lesion hat auch einen mobilen Schutz. Der ist wichtig für die Gummien. keep. Kamera. Kameram gab einen Raum. Meiner. Ich brauche auch noch 70. Hä? Die Mobilienschilder, hä? Die sind jetzt weg? Ich habe noch gar keinen gesetzt und der ist nicht mehr da. Was ist denn jetzt kaputt? Ich habe doch heute schon Mobilienschilde gesetzt, es ist aber keiner mehr da bei Alibi. Wo hast du es denn hin gesetzt? Noch gar nicht, das ist es ja. Ich habe noch gar keinen und habe null. Das wollten sie doch erst nächste Woche machen. Toll. Ich hatte heute schon ein paar Mobilienschilde im Einsatz. Die haben EMP, Mann. Ach, Mann! Ich sorge für Admonkruppen. Und hier ist am Fenster. Oh, das ist scheiß jetzt. Ja, die ist bei der anderen Bombe. Ja, der Miet kommt, macht ja auch Vorsicht, gelbe Ping. Bis durch die Wand links. Rechts. Eintritts von des eigenen Trupps verbleiben. Na toll, es ist Zeit für einen A's. Ja, rechts kam sie auch an. Kam er von rechts an. Ach, Mann, ey. Jetzt sind die Immobile schnell da schon weg. Die können ja nicht weg sein. Die wurden ja vorhin schon aufgestellt. Ja, weiß ich ja. Aber ich hatte gerade eben keinen. Und habe noch keinen eingesetzt. Ich habe ja noch gar keinen eingesetzt. Ja, dann ist... Weg kann es ja nicht sein. Ist es aber. Haben sie jetzt kurzzeitig direkt, die wirtschaftlich. Ach, Quatsch, die haben es... Ich gucke gleich beim nächsten Mal drauf. Wenn sie nicht da sind, dann ist, hat das Ubisoft ganz kurzfristig abgeschaltet schon. Es wurden doch vorhin schon welche aufgesteckt. Ja, aber... Das war doch ein Witz, ja. Hm? Wo? Dass sie sich kurz entschlossen umentschieden haben. Nee, kann doch wirklich sein. Na, Ubisoft. Ich traue es Ubisoft zu. Ihr müsst eure Drohne verbringen. Ja, warte auf mich von einer Runde zu los. Oder die haben es bloß bei Alibi gemacht. Welchen Grund? Äh, hier, weiß nicht. Serverraum. Serverraum sind sie. Achtung, eure Drohne. Vielleicht haben sie dieses... Ich glaube, du gehst wieder raus, ne? Vielleicht haben sie bloß dieses... Schild auf dem Kopf tragen bei Alibi entdeckt. Im Lüftungsraum ist einer. Herzschlag, Mann. Alle identifiziert. Nee, den einen nicht. Na, der ist tot. Den kannst du nicht mehr identifizieren. Der ist auch gar nicht mehr da. Zehn Sekunden bis Einsatz. Ab aufs Rohr da oben. Fünf Sekunden bis Einsatz. Klub's. He he he. Vor allem. Abboiler vorbei. Abboiler vorbei. Achtung. Mira, rausrenner. Ja, rausrenner. Aber woanders. Hier, der Entschärfer wartet auf den Abnehmer. Geiert grad nicht. Geiert da etwa jemand nach Kills? Bist du noch hinter der Mauer? Hinter der Grenzmauer? Oben am Loch, oder? Ja, bei dem Jaja. Wo bist du? Unter dir. Da. Warte, warte, ich komme vor. Gab Spaß bei mir. Hab sie. Ja, ich hab mit dem Ski gekriegt. Hier, kommt mal zur B-Bombe. Ne, ich hab den Entschärfer noch nicht. Ich hab ihn aber. Sehen wir noch da oben. Ja, ich werde aber angeschossen von irgendwo. Also ich bin's nicht. Geh am besten hier hinten rum zum Spawn zurück und dann das LAV runter. Kommt jetzt mal einer zur B-Bombe hier. Geht noch nicht, der Entschärfer ist noch weit weg. Vor allem weit weg. Ja. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Entschärfer ist jetzt gesichert. So, hast du der Raum gesichert? Der ist leer. Wehe, ich sterb jetzt. Geh rein da, oder gib mir. Kannst es doch nicht. Geh mal in die Ecke. Geh recht in die Ecke. Geh da so ganz schön. Das ist deinem Türgrund. Mein Hintern, Vorsicht. Entschärfer ist online und aktiviert. Ja, erinnert noch da. Geißer. Deiner Pechabkommen, wo geht's aus dem Fenster? Nee, ist tot, er ist tot, er ist tot, er ist tot, er ist tot. Oh, ich hab dich verdrückt. Check, legt jetzt los. Com-Bug-Bonus. Ich guck jetzt mal, ob Alibi noch im mobilen Schild hat. Ich nehm mich auch gar nicht Alibi, wenn wir im Grenzschalter sind. Zollinspektion. Da kann man Alibi schon nehmen. Ja, weiter, komm schon. Na, wir hatten jetzt Alibi. Keine Ahnung. Ja, Hockey, der Geier. Meister hat auch im mobilen Schild. Mal gucken. Bei ihm hatte ich vorhin einen eingesetzt. Glaub ich. Ja, wirst du irgendwas gemacht haben? Du wirst ja gleich sehen, ob er bei dir auch da ist. Vielleicht haben sie sich ja bloß bei Alibi ausgemacht. Und, hast du da eine Null stehen? War das ein Ja? Ich hab eine Null. Mobile Schilder weg. Bei dir auch? Ist das jetzt ein Ja? Meine Kamera, meine Kamera. Also ich hab den Lautsprecher schon. Dann sind die Claimers bestimmt jetzt auch weg. Die wollten sie auch rausnehmen, nächste Woche. Claimers, mobile Schilder und Clash. Vielleicht eine bestimmte Uhrzeit. 21 Uhr. Obwohl eigentlich 19 Uhr die Ubisoft-Zeit ist. Also mit Läsion hatte ich vorhin schon einen. Wenn der da auch weg ist, dann ist es ziemlich eindeutig. Die spawnen beim LAV. Und oben beim Pausenraum ist auch jemand. Die Bahner haben sie auch. Die kann ich schon. Die sind alle schon oben drin. Hab einen gelingt. Die Verteiddi. Die Verteiddi heißt das doch, oder? Jetzt haben sie. Ja. Nein! Hat er die Bahn aufgemacht? Ja. Oh, von... Oh, nee. Also können wir überall die mobile Schalte, die mobilen Schalte vielleicht draus nehmen, mal gucken. Das Hologramm steht aber auch komisch. Zur Wand? Oder hast du die Pappwand extra etwas aufgeschossen? Ja, ich muss ihn auch. Okay. Hat auch funktioniert. Also solche Löcher sind sehr anziehend. Also mit Läsion hatte ich vorhin auf jeden Fall ein mobilen Schalte. Wenn der jetzt nicht mehr da ist, dann haben sie es um irgendeine volle Stunde wahrscheinlich umgestellt. Kein mobilen Schlitt mehr bei Läsionen. Die Watt ist gesichert! Das Gerät ist am Platz. Nur noch 10 Sekunden. Nur noch 5 Sekunden. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. So viel Hammer, Mann. Irgendjemand ist noch beim Schalter unten. Äh, Schamse noch. Hinten am Pausenraum, Vorsicht. Langer Gang am Pieper offen. Ja, das Fenster bei mir hinten im kleinen Raum auch bei der FB-Bombe oder was das war. IQ vom Fenster. Ihr wisst, was zu tun. Hä? Ach nein. Nein! Auch Leute! IQ ist auch schon drin bei der anderen Bombe. Beim Archiv. Wer spielt denn da mit der Kamera rum? Jawoll. Ash vergiftet. Rot. Ash rot vergiftet. Die ist verletzt. Ja, dann geht auch immer. Ich bin ja schon tot. Also ich hab die Osttreppe im Blick. Und Pausenraumausgang. Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigenen Truppen. Hey, der Mobil schildlose Läsion steht in der Mitte. Jetzt müsste hier ein mobiler Schild stehen in dem Bild. Oh, haben sie den ganzen Quirk rausgenommen? Weil es da Sicherheitslücken gibt, Bugs, die man verwenden kann. Zum Beispiel kann man den mobilen Schild auf dem Kopf tragen. Dann kriegt man keine Kopfschüsse mehr. Ja, ja. Heute Abend noch mobile Schilde gespielt und zwischendrin einfach mal rausgenommen. Dieses Ubisoft. Aber Clash war vorher raus. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss. Tschüss.